»Modernes Mittagessen« »Gedicht im Johan-Maker-Dialekt« »Der Franz, der Nick und der Sepp haben in Bukarest zum Mittagessen« »Um die Schwabisch-Kost mal zu vergessen, haben sie modernen wollen essen« »Achgrill-Hinglcher vor jeder hat es gegeben von einem flinken Kälter« »Ohne viel zu schauen, links und rechts, waren die Hinglcher auch bald weg« »Ein Getränk mit einem Zitronenstück stellt der Kellner auch noch auf den Tisch« »Serwert in Tonschale, hat es noch gedampft und war warm« »Franz, hast du das bestellt?« »Froht noch einerweilte Sepp« »Und der Nick, was das sein kennt, als Schale trinkt man im Orient« »Der Franz muss sich verlachen, der Panzhalle« »Weil, was andere Leute machen, hat er beobacht« »Schaut mal, die wäschen ihre fettige Hände in der Schale mit dem Orientgetränk« »Getränk«